Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bitteschön Das ist wirklich das allerschönste Geschenk, das ich je bekommen habe Ja Das ist ist Oink Nee, halt, 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 auf gar keinen Fall Komm Mama, bitte Ok, aber es gibt Regeln Regel 1 Oink darf nicht ins Haus Oh nein, 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 nein Wahn, wahn, rarely Regel 2 Oink darf nicht in den Gemüsegarten Oink, lass dich stehen Komm hier her Und Regel 3, Oink macht nirgendwo Kacka. Nein! Es ist klar, dass ich das nicht toleriere. Du denkst immer noch nicht selbst. Wir stehen hier auf dem Festgelände des Würstchenwettbewerbs. Wer will aus süßen kleinen Schweinchen Würstchen machen? Äh, naja, vielleicht der Metzger? Aber wenn Oink sich richtig benehmen könnte, dann würde er auch keine Regeln mehr brechen. Wie sollen wir diesem Schwein etwas beibringen? Wir beginnen nun mit der Welpenprüfung. Jetzt kommt's drauf an, Oink. Ja! Oink, komm! Oink, komm! Sonst musst du zurück auf den Bauernhof. Aber das will ich nicht, weil ich dich so lieb habe. Können wir es nicht noch einmal versuchen? Nein, bitte auch.